Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Shadow Warrior 2. Na, meine Liebe, wie sieht's aus? Hast du was zu tun? Scheinbar. Hm. I cannot see the exact location of Kamiko's father. Mamushi Heika left a powerful imprint on this item which is clouding my vision. But I can say with some certainty that you will find him in the general vicinity of the gates. Yeah, yeah, we've already been there. I didn't see any sign of him. The universe places the unexpected in our path to show us its secrets. Perhaps he has recently gone there. Or perhaps you did not know what to look for. In any event, I am certain, he is there now. Well, what should I cut off him? Please say his cock, his cock, his cock, his cock. Please, please, please. Any body part will do. Yes! But the hand is usually easiest. Oh, fuck. But you should go now to intercept him, in case he is on the move. Na gut, dann, äh, machen wir uns mal auf den Weg. Okay. So, wo müssen wir denn da hin? Da oben hin? Schön. Ähm, d-d-d-d-d-d-d-d, ja. Ich glaube, neben Missionen hatten wir eh keine mehr großartig. Eventuell von Larry oder so, aber ich will jetzt mal wieder ein bisschen vorankommen. Schauen wir mal, was uns das jetzt bringt. Vor allem, wohin uns das jetzt bringt. Dann wird ein, was war das? Obaia? Ne, Obaia war ja Enderal. Irgendwas wird jetzt gleich zerlegt. Das ist schön. Ich glaube, es war das, was wir jetzt nicht mehr so gut machen. So, der wäre durch Gift. Oder halt alles mögliche andere. Na komm. Was hat mich jetzt eigentlich hier weggehauen, sag mal? Ja, das Dumme bei der letzten Chance ist, wenn kein Gegner mehr da ist, den man killen könnte. Naja. Zahlen wir halt ein bisschen Geld, das ist ja eh kein Akku. Das ist tatsächlich wie Borderlands. Wahrscheinlich sind wir selber durch das Gift noch angegriffen worden. So, die Herren. Die Herren. Ich glaube, ich kann auch die kleinen Dinger hier mal, also die kleinen Flauner wegmachen. Irgendwie finde ich die Schwerter, wenn, dann doch am sinnvollsten. Ich glaube, hier wäre auch Zorn gar nicht mal so schlecht gewesen. Ja, kommt. Oh, ich kriege mir noch einigermaßen platt hier. Und dann können wir jetzt endlich mal weitergehen. Eine Güte. Na guck mal, da gibt's Geld. Und ein Hasen. So, gespeichert. Und weiter geht's. So, wo müssen wir denn hin? 100 Meter darüber. Okay. Gut, dass hier schon die ganzen Tore geöffnet sind. Spart ein wenig. Na, hier waren wir ja schon. Mal schauen. Wie viel Schuss haben wir? 13. Ah ne, wir müssen dann wahrscheinlich mit ihm reden. No way. To what do I owe this... ...pleasure? Oh, I didn't come to see you. You washed a pile of demon crap. I'm looking for the Yakuza's big boss. The Oyaboo. The Oyaboo. Do you really think he'd hang around here? With ruffians such as myself? So you know him? Oh, he's quite a fascinating character. What will you do once you've found him? Chop a few pieces off him. I only need one. But with this guy, let's just say it's personal. Oh dear. I don't think he'll stand for that. Everyone has a breaking point. Mamushi Heika certainly did. Nonsense. She would never betray me. Betray him? So, you're... No. It's not possible. There is no point in secrecy any longer. My goodwill attempts have been terminally undermined by my misbegotten offspring. What? What does a god want with a Yakuza boss anyway? I needed something. She needed something. Oh, I remember now. You provided the muscle to keep her in power. And she let you violate her daughter. Cute. I wouldn't expect you to understand. Oh no, I get it. Power for sex. Oldest arrangement in the book. And hey, you even got a kid out of the bargain. She is no concern of yours. Well, I hate to break this to you. But daddy's little girl is all grown up. And she's not your biggest fan. The feelings of the half-breed are of no consequence to me. I'll kill him. I'll kill him dead. When you're coming back, dad, I don't know when. But we'll have a good time then. Dad, you know we'll have a good time then. Gets me every time. I'm glad you amused yourself, sir. The rest of the world laughs at you. Why shouldn't you join in? I'll take laughing stock over rapists any day. It was a business arrangement. You keep digging, buddy. There's a pony down there somewhere. If you've thrown in your lot with my sister, there's nothing I can do for you. She is as duplicitous as she is asinine. Oh, and I'm terribly sorry, but I can't spare any body parts today, Lo Wang. But be sure to come see me after my dear sister hands you out to dry. I do so enjoy a good laugh. I'll be in Mamushi Heika's old office above the laundry. Whew, there goes the neighborhood. Oh, and just so you know, I do take starch in my shirts, but not too much. Makes me itchy. Have a nice day, dickface. Na toll, das war tatsächlich grad unerwartet. Hm. Mal gucken, was das jetzt wird. Mal schauen, was die anderen dazu dann zu sagen haben. Well, that explains a lot. Yeah, like why Mamushi Heika sent us on that bullshit errand where we accidentally met him. And why I felt like a freak my whole life. Well, I'm glad it was edifying for you, Doctor Fascinating. Remind me not to rent you space in my head again. I've had enough of your screwed up family. Oh, and I suppose your family was better? I've been on my own since I was five years old. I barely remember them. I've spent three years with mine and I can't forget a moment. Wait a second, you... I meant... 23? No, wait, that's impossible. The collision was five years ago and Mezu couldn't have met your mom before. Oh my God. Seriously? You're three years old. I have a three-year-old running around inside my head. A three-year-old half-demon. How reassuring. Let's go see your auntie. Maybe she'll be able to add some kind of toxic cherry to this shit sundae. Seit wann ist hier eigentlich ein Schnellspeicherpunkt? My bravest warrior. You have returned to me. Could she be a little more smarmy? Shut up. I'm afraid I don't have good news. Frustration is just the universe tickling your belly. I didn't get the hand. You are alive, though. Where there is breath, there is hope. Where there is breath, there are bullshit feel-good platitudes. Have I done something to anger you? No more than anyone else who almost gets me killed. Oh. The Oyabun gave you trouble, then. Only insofar as he's an immortal demon lord. The Oyabun is Mezu. So it is. Wait. You knew? That two-faced, conniving little! It was obvious from the way he conducted his affairs. Let's just say it had my brother's... aroma. So why did you... Oh. You were trying to kill me. Figures. Oh, no. I never meant to harm you, my noble champion. Well, you got a funny way of showing it. I was, however, trying to kill her. Her? Your little hitchhiker? Comical. Indeed. And me dying in the process was... A regrettable side effect. I feel absolutely dreadful about it. Oh, you poor thing. But it seems I underestimated you. You chose the path of nonviolence. As did your brother. No matter. I had hoped to keep my conscience clean on this, but... Desperate times call for violent deaths. Gozu dear. Yes, mistress. Can you please kill this man for me? Yes, mistress. Oh, there's a good boy. Goodbye, Lo Wang. Do try to stay dead this time. Hey, wait! I was... Just a heads up. When I get out of here, I'm planning on destroying your entire family. I will hold your coat. Na gut, dann... Oh, müssen wir euch alle zerlegen. Na gut, ich möchte da nicht gerne stecken bleiben. So, dann schalten wir euch mal aus. Oh, komm. Und wir haben ja noch ein bisschen... Mooney und so. Aua, aua, aua. Wieso werde ich jetzt hier weggeschoben? Ich glaube, das sind die, die mich hier irgendwie noch wegschieben. Nicht schön. So, die wäre tot. Und das dürfte es gewesen sein. Hm, schauen wir uns da hinten mal um. Das könnte ja was sein. Ich glaube, das ist so schabby mit der Chi-Magic. Du denkst, dass seine Schwung helfen könnte? Ich sehe nicht mehr andere Optionen im Moment, wie du? Hey, du denkst, dass eine Teil seiner Energie noch in dieser Sache sein könnte, wie du? Oh, du denkst, dass vielleicht dein altes Freund magisch, aber heartbreakend zu sprechen kann, von über die Grave? Du denkst? Wait, shh! Was? Listen! Was ich zu hören? Das Geräusch von Gullibild. Okay, wir haben eine neue Waffe. Benutzen wir die mal, um das Siegel zu brechen. Und es hat funktioniert. Ja, sicher ist sicher. Okay, hat automatisch das Schwert ausgewählt, aber das ist gar nicht mal schlecht, muss ich ja sagen. Könnten wir mal gucken. Ah, exklusiv Dinger. So, mal kurz nachgeladen. Die Schamanen gab es ja im ersten Teil schon. Aber ich finde es ganz gut, dass sie nicht alle Gegner resignieren. Eigentlich haben sie ja relativ viele neue sogar reingepackt. Wenn ich mir das mal so anschaue. Bisschen was für ein Fanservice. Naja, da haben wir, glaube ich, wieder ein... Viech aus dem ersten Teil. Ich möchte da nicht runterfallen. Ich möchte gerne hier hoch. Danke. Das war nicht so geplant. Haben wir hier irgendwas Kleines, was wir weghauen könnten? Dich zum Beispiel. Du bist gegen Eis. Widerstandsfähig. Du bist gegen gar nichts widerstandsfähig. Mensch, was nachladen. Ich glaube, es hat schon was zerlegt. Du verdammter Vollhorst. Was springst du mir genau ins Schussfeld? Gut, das wäre das. Sonst haben wir erstmal hier nichts großartig vergessen. Gut, dann hauen wir hier nochmal den... Weg frei. In der nächsten Folge geht es dann hier mal weiter. Und dann wird der zweite Turm gelegt. Mal schauen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid dann beim nächsten Mal mit dabei. Und bis dahin. Macht's gut und ciao, ciao.